So, jetzt haben wir schon den zweiten Tag. Ich habe am Vormittag schon gemahlen. Das ist gut gegangen. Und jetzt, halbe zwölf ist es, ist genau noch eine Stunde Zeit, dass das Mittagessen fertig wird. Das ist sozusagen das zweite Kunstprojekt da. Und das, was man manchmal hört, oder vielleicht auch nicht diesmal, das sind die Kirchenglocken. Mit dem Mond. So, da ist heute mal noch nichts drin. Das Gemüse ist schon geschnitten. Die Nachspresse ist auch schon geschnitten. Da haben wir die restlichen Lebensmittel. Die Polenta ist schon in die Auflauffurungen. Und das restliche Zeug habe ich da in meinen Kühlschrank drinnen. Gehen wir es los. Gehen wir es los. Gehen wir es an. Das ist total schön da. Aber man sieht schon im Hintergrund das Gewitter kommt. Und ich merke es auch an die Bremsen, die da recht eckelhaft und lästig sind. Da auf dem Kirchturmurm entdeckt. Da sind Turmfalken. Am Kirchturmurm. Da sind Turmfalken. Da rechts sitzt einer. Super. Mit Weitwinkel. Fliegt er jetzt weg oder macht er sich schmiertlich? Und wenn er jetzt ausschaut, dann fliegt er sicher los. Na? So, ich spazier jetzt wieder und boll ein bisschen weiter. Also, ich mache das mit Acryl. Das sind die Farben da. Dann habe ich weiß etwas größer. Und die vermische ich dann halt so zusammen, wie ich es brauche. Wasser, Pinsel. Na ja, und dann. So schaut es jetzt aus. Bin ich gespannt, wie das ausschaut jetzt fertig ist. Die Fächer sind lästig. Aber jetzt gehen wir es an. Kaffeepause. Und diesmal? Anderer Weg. Jetzt fliegen sie die Falken. Die Turmfalken. Schauen wir mal, ob man sie sehen. Natürlich sind sie jetzt weg. Ja. Na, nicht schlecht. Ob das der Junge ist? Ja. Zack und weg ist er. Jetzt fliegt er da. Wieder her. Sind das die Jungen, oder? Ja, ich denke schon. Der Ampfleiter hat Angst. Und der Kleine freut sich, so, dass er das auch fliegen kann. Wolke ist er. Ja. Ich will einen Kaffee trinken. Kann man. Da hinter der Kirchen spült er sich. Jetzt ist er wieder da. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020